Hallo, hallo und herzlich willkommen zum German Top COD Shot des 20. Februar 2012. Und der ist diesmal von ECFAC. Ja, er schleicht sich hier still und leise um die Ecke, sieht dann ganz, ganz viele Gegner, die ja auch alle wirklich einer nach dem anderen erledigt. Das war ein sehr schöner 8-Mann-Feed, also wirklich Respekt, jetzt nochmal in der epischen Slow-Mo. Also ich muss sagen, der kann wirklich mit den Sticks umgehen wie kein anderer. Und von daher ist er heute German Top COD Shot. Und ich hoffe, ihr hattet heute Spaß beim Rosenmontag und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut. German Top COD Shots находers. Sch